Der Roman beginnt 2014 mit einem kurzen Prolog, fängt dann aber eigentlich so richtig an 1998. Und das ist dann so eine typische Kleinstadt-Disco-Szene, wie sie am Anfang kommt. Hallo, ich bin Klaus, schrie ich in den Refrain hinein. Klaus? fragte Lene wittend und leicht entsetzt. Ja, stotterte ich. Sie hatte es schon richtig verstanden. Augenblicklich wurde mir heiß. Das war sie also, unsere erste Unterhaltung. Mein erster Stolperversuch Richtung anderes Geschlecht. Dann kam wieder Come as you are und Lene war grinsend weggetanzt. Lene, Lene, Leni, einmal quer durch den Kopf. Was machst du? fauchte mich Bastas an. In seinem Disco-Outfit, einer viel zu großen, senfgelben Kordjacke und fast weißen Baggy Jeans, sah er aus wie eine Mischung aus Derrick und dem Kleinen von East 17. Seit Monaten haben wir dich vorbereitet. War doch alles abgesprochen. Luke hat sogar diesen Nirvana-Anti-Party-Song gebracht und jetzt? Äh, äh, zittern, stottern, Hosen vollmachen und in die Luft schauen? Bastas ging in die Knie und fuchtelte mit seinen Händen, während er unaufhörlich ähn sagte. Sei ruhig, zischte ich. Und wieso um Himmels Willen Klaus? Das hätte sie noch früh genug erfahren. Bastas fufort mich nachzueffen. Ähm, hallo, ich bin Klaus, ich trinke nicht, schieße keine Tore und habe sowieso nichts zu melden. Luke kam mit weitgespreizten Armen durch die Menge. Und, ihr Knaller, wo ist jetzt die Grace Kelly? Hey, Luke war zwei Jahre älter als wir und irgendwie auch zwei Jahre cooler. Er trug Klamotten wie die Rockstars. Luke konnte das. Er war der DJ im Tal. Ein Hauch Berlin im Schweizer Bergstädtchen. Mensch, Luke, unser Klaus hatte Ladehemmung, lächelte Bastas. Ah, scheiße, Bastas, ich glaube, ich gehe. Um elf Uhr? Klaus so. Ah, ist besser so. Bastas schlug sich demonstrativ mit der flachen Hand auf die Stirn. Klaus ist raus, mal wieder. Kopfschüttelnd stand er da, die Lippen zusammengepresst, die Augen zur Decke gerichtet. Völlige Übertreibung. Bastas halt. Alleine unterwegs nach Hause, wie oft in letzter Zeit. Nicht mal Mitternacht. Mein 17. Geburtstag war noch drei Wochen hin. 17, verdammt. Meine Freunde soffen, kifften, knutschten und bummsten. Und ich war raus. Klaus ist raus. Klaus ist raus. Klaus ist raus. Das war. Bieriment. Auch dieh Katyahnerffen. Vielen Dank.